Jo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich ja für meinen Clan von Portfolio und Hochgeschlafen, also Just Sex, Undercover spielen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Falls ja, könnt ihr abonnieren und ein Like da lassen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo? Hallo Hannes, hallo? Hallo? Hallo, ich bin gerade noch nebenbei auf dem Just Sex Team. Wie machen wir das? Sollen wir irgendwie Team wieder gehen, dass ich die auf dem Team sich höre? Ähm, ja. Ja, kannst du machen. Tempschen? Oh man, warte, 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 warte. Ja? Was machst du? Äh, gerade spielen. Was denn? Äh, ja, aufkommen. Nicht aufkommen, nicht aufkommen. Du hast das Gefühl, dass aus meiner Nase Kotze kommt. Tja, red doch nicht. Ich will jetzt nicht weg. Alter, unnötig. Fragen wir, ob wir CW spielen können. Mikrofon aktivieren. Können wir irgendwie gleich mal CW spielen? Ich hab CW so oder sowas hier. Oh, die sind da, Hannes. Sag ich nochmal Dings, Tibir? Ja, warte, gleich. Hannes, Hannes, jetzt los, komm. Ja, ich versuche die ganze Zeit auf GOMM zu connecten. Äh, ich kann gerade nicht auf GOMM connecten. Ne. Server ist halt voll. Der ist voll wie mein Schnipel. not der Abend mindset auf. Nacht fantastisch. Das ist ja auch. Würde so cornerst. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank für die Zuschauen. Okay, meine Aufgabe ist das Ganze fasziniert. Was soll ich nicht aufgeben, route Jenna? Ichusing device-shaped illness. Dann�� access ich glaube ich gehe doch auf leid nein ich will 1 cw nur Jan bitte dann erst mal ja dann schieben wir zurück ich mach zurück in das 6 alter jetzt so da ist 25 jetzt ist sie jetzt weiter dann kommt ich noch mal meine salami stick schmeckt ich muss es nicht verstehen ich brauche heißen dann kann ich aus der welt raus hat er geflattert häppchen ich denke ein bekommst den einen der sexy an den bekommst du täpst einfach kommen mit dem carry ist noch einer den kriegt er aber zu zweig glaube ich hat er einen shot noch nein nein der schütte komplett um wir sind rein haben wir mal erzählt was du willst du musst dich aber nur safe stellen er hat so ein bau shop drin und vier trash mit jetzt kann man so ein carry sein kämpchen also ich meins ernst schaden hat sich grad fette vergeben der mann der hat wirklich so gereiert der der lehle die toilette auf dem glodecke gekotzt oh wow wow ja und jetzt ist sie hier sehen, dass ist наверное das ist nur wissende ich hab ich eine lacht ich mach die renaimweiterじゃない nämlich 남자-oder das ist campus den leider auch mit der Lящ schade die eher London beim st nicht attacke habe ich lebe nicht scheiße ja männer hier in justix ist ja nicht wie in ihnen geschieht 500 iq save doch noch zwei Der hat Gap und Lust, der hat Gap und Lust. Ja, erst recht nicht. Hinten drauf, hinten drauf, hinten drauf. Der gute Mann lebt noch. Hey, der wird grad von mir durchgereicht, hä? Ja, der andere. Der Typ wurde grad von mir durchgereicht. Oh mein Gott. Guck mal. Der Typ ist ja oben. Wie, 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 wie. Schade, guck mal. Ist aber auch noch 14 Tage noch nicht. Weil es gibt keine 14 Tage Sprechma. Ah ja. Weil schon irgendwie für alle Kamerfläche, glaub ich. Yeah. Warte. Hey, wurde der aus dem Clan gekickt? Guck mal, der ist nicht mehr bei dem Clan. Ach. Nein, guck mal, der hat keinen Clan-Tag mehr. Machen wir aus dem Clan. Nein, der ist wirklich kein Clan mehr. Clan. Echt nicht. Irgendwas spielt man hier. Äh, Clan, äh, Clan. Ne, warte, 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 wie macht ihr das nochmal? Haha. Ich fahr ihn meinen Sonn. Haha. Also ich glaub, er hat eine Testphase schon gestanden. Ich den Typ mir jetzt nicht hole, ne? Ja. Der ist getimed. Die Augen, der ist getimed. Der Typ mir nervt ja so ob jetzt. Ich glaub, weil der ein bisschen reinsteht, haben die den wahrscheinlich ein bisschen gekickt. Wahrscheinlich einfach nur, weil wir JustHack sind und ähnlich. Und die da keine Angst haben sollten, Digga. Oh, was? Ich temb dich, ich hab die Bowshop gegeben, ne? Mein Gott. Ey, wild. Zehn Edo für JustHack, Zeck, yeah. Zehn Edo. Warum bekommt ihr Sperre? Ja, das war's. Haha. Oh, aber umgekehrt kann man ja sagen, wie es ist. Ich schwör, du hast wirklich gekehrt einfach. Na gut, das Video wird einfach, also wenn das nicht viral geht, dann weiß ich auch nicht, wie so Zivilclips von Timothy viral gehen können. Oh, ja. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich würde mich freuen über ein Like und natürlich auch ein Abo. Lass doch auch gerne die Glocke aktiviert. Haha. Ciao. Pilo. Hau, Humanität, wild.